Ich bin Andrea Jaitziner. Ich bin in Graechen aufgewachsen und wohne jetzt hier im Lötschental in Färde. Mein Name ist David Hansen. Ich bin hier vom Lötschental von Weiler. Wir sind hier auf der Lauchenalp auf 2'000 Meter. Da starten wir mit dem Lift bis zu Allerobrüst. Das geht bis auf 3'100 Meter. Von dort fahren wir direkt auf die Kummeralp. Von dort fahren wir Fälle auf das Mauerhorn. Das Schöne der Abfahrt ist, dass man verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat. Man kann recht steile Südhänge fahren, wenn man das will. Man kann aber auch ganz einfach auf den Lötschental fahren. Das lassen wir jetzt für uns. Weil wir die Tour auf das Mauerhorn machen wollen. Das Mauerhorn ist eine Skitür im Lötschental. Sehr bekannt. Aber ich bin selbst noch nie gegangen. Darum freue ich mich sehr, weil das auch etwas Neues für mich sein wird. Die Tour würde ich konditionell als Mittel bewerten. Das heisst, wir machen rund 900 Höhenmeter. Das ist eigentlich eine mittlere Skitour. Danke, Peter. Danke für den Markt. Danke für den Markt. Danke für den Markt zu führen. Juhu! So schön. Mein Highlight war, dass wir den Gipfel erreicht haben. Das ist immer schön. Dass wir tolle Verhältnisse hatten. Und das Fahrerische Niveau von den zwei Teilnehmern war super. Das Highlight von meinem Tag war der oberste Pulverhang. Wie im tiefsten Winter. Und natürlich meine super Begleitung mit diesen zwei Männern.